Und sobald man irgendwie ein Werkzeug hat, das sich mit vier, wie sagt man, zusätzlichen Punkten erst erklären lässt, nämlich, ja, das ist für jedes Team unterschiedlich, ja, und das hängt natürlich von den strategischen Zielen ab, ja, das hängt natürlich von den Prozessen im Gesamtunternehmen ab. Aber sobald da so viele Punkte dazukommen, muss man sich halt schon die Frage stellen, ob dieses Tool dann überhaupt sinnvoll ist, weil wenn ich das dann sowieso letztendlich, wenn ich das alles durchdenken würde, würde sich herausstellen, dass, was du vorhin gesagt hast, naja, im Endeffekt geht es darum, die individuellen Teammitglieder sinnvoll arbeiten zu lassen, so wie es für sie am besten ist, ohne Druck und mit genug Unterstützung, so dass sie ihre Arbeit wirklich erfolgreich machen können, naja, dann brauche ich ja keine Scorecard, die übers Team geht. Selbst wenn ich mir die, unter Anführungsstrichen, gemeinsam mit dem Team ausmache, weil, was ist dann der Punkt, also, hoffentlich verfolgt das Team ein gemeinsames Ziel, aber halt nicht auf der individuellen Arbeitsprocessebene.